Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Video, das ihr wieder eingeschalten habt. Noch schnell die letzten Sonnenstrahlen ausnutzen, um das Video fertig zu bekommen. Heute soll es keinen typischen Leseplan geben, es geht ja heute um März, sondern eine, ich sag es mal, Challenge der dünnen Bücher, weil die Sache ist nämlich die, ich habe gerade den zweiten Band der Passage Trilogie gelesen, die 12, und ich bin so momentan so, ich kann kein dickes Buch mehr sehen, ich lese gefühlt endlos an diesem Buch, obwohl ich zwischendurch ganz viele andere Bücher gelesen habe, aber ich habe einfach keinen Bock mehr auf dünne Bücher momentan, äh, auf dicke Bücher momentan, weil ich habe echt in den letzten Monaten so viele dicke Schinken verschlungen, ich habe ja auch S gelesen und der Übergang habe ich gelesen und auch noch andere Stephen Kings, genau, die Mr. Mercedes Trilogie, das ist zwar nicht ganz so mega dick gewesen, aber war auch ganz ordentlich und auch viele Reihen habe ich gelesen und jetzt möchte ich einfach mal wirklich meinen Sub möglichst zweistellig bekommen und jetzt ist er auch März, am 15. fahre ich zur Buchmesse und da wird auch wieder gekauft, ich brauche wirklich zur Motivation einfach mal, einfach dünne Bücher, ich kann jetzt gerade keine dicken Bücher einfach sehen und dann ist es halt so, bei meinem Sub, ich möchte am liebsten auch alles gleichzeitig lesen und deswegen habe ich mir jetzt einfach mal 15 dünne Bücher, die alle unter 250 Seiten dick sind, rausgesucht, wo ich ja auch denke, die inhaliere ich recht schnell und genau, und ich denke, wenn ich dann, ich habe auch noch so ein paar Rezensionsexemplare da, die ich dann auch noch lesen möchte und muss und dann bringe ich meinen Sub recht schnell zum Schmelzen und das braucht meine Motivation jetzt einfach mal, ich weiß nicht, wie das so bei euch ist. Ja, ich fange mal an und zwar habe ich mir rausgesucht von Festa, es sind ganz viele Festas dabei im Übrigen, Der Leichenkönig ist so ein Zombie-Roman, glaube ich, also Eddingberth zu Beginn des 19. Jahrhunderts, die Grabräuber Samuel Clough und Mikey Kearney schleichen Nacht für Nacht auf die Friedhöfe, um die faulenden Leiber der kürzlich Verstorbenen wieder aus der Erde zu zerren und die werden dann verkauft. Ja, ich bin mal gespannt, also hat mich nämlich gar nicht mal so sehr angesprochen, aber ich denke, diese 214 Seiten lesen sich trotzdem recht schnell. Dann habe ich von Tim Koran, Nightcrawlers, Kreaturen der Finsternis, ist auch so ein Endzeit-Roman, Horror-Roman, geht wahrscheinlich auch so um so Zombies, Ich lasse mich da einfach mal in die Geschichte reinfallen. Ich finde das Cover übrigens grandios und mal gucken, was das so spricht. Dann denke ich, dass dieses sich recht schnell durchlesen lässt, weil es einfach ein Layman ist und zwar in den finsteren Wäldern. Ich finde das Cover übrigens grandios. Es geht wohl um Freundinnen, die in den finsteren Wäldern gefoltert werden und ich erwarte mir sehr viel von diesem Buch und auch das hat nur 254 Seiten. Okay, aber so wie ich gesehen habe, beim kurzen Reinblättern sind auch die Kapitel recht kurz und ich denke, das lässt sich auf jeden Fall schnell wegsuchten. Dann hier weiß ich gar nicht, wie viele Seiten das hat. Das ist auch ein Endzeit-Thriller, weil das noch eingeschweißt ist und weil ich das auch als E-Book habe, wird das vermutlich auch eingeschweißt bleiben. Und zwar von Nate Southard, Red Sky. Genau, ist auch so ein Endzeit-Roman. Ich finde das Cover sehr gruselig, weil ich mag keine Gasmasken. Ich habe ein bisschen Angst vor Gasmasken, ich weiß auch nicht. Ja, es geht um einen Überfall auf jeden Fall, um einen Banküberfall und ja, es ist wohl Endzeit-Zombies, keine Ahnung. Mal gucken, mal gucken. Ich lasse mich da wirklich einfach in die Geschichte hineinfallen und ich möchte euch auch jetzt nicht jeden Klappentext vorlesen. Ja, Dying to Live 1 und 2 von Kim Pfaffenroth, die Traurigkeit der Zombies und die sind auch recht dünn und sind halt auch einfach nur Zombie-Romane. Ich bin mal gespannt, ob mir das dann gefallen wird. Ja, es ist halt auch wirklich so, dass sehr viel von Festa dreht sich halt um Zombies und Endzeit. Wobei, die bringen echt immer Gutes raus. Und das hat mir die liebe Annika auch empfohlen. Auch Out of Print ist das. Und ist leider auch nicht fortgesetzt worden. Was wohl sehr traurig ist. Ja, auch Endzeit-Zombie-mäßig. Ich bin mal gespannt, was mich da erwartet. Ich muss ja sagen, ich bin mir nicht so sicher, ob mir diese ganzen Zombie-Endzeit-Bücher gefallen. Aber irgendwie habe ich da momentan Bock drauf. Und außerdem sind sie echt sehr dünn. Und hier muss ich mal gucken. Das hatte ich nämlich gar nicht auf dem Schirm. Also beziehungsweise hatte ich schon. Weil es ja aus der Horror- und Thriller-Reihe ist. Es heißt Down. Aber ich hatte es halt jetzt erstmal nicht auf dem Schirm, dass ich es lese. Aber dann war es halt Out of Print und dann musste ich es schnell kaufen. Und da bin ich echt mal gespannt. Nach einem ausverkauften Konzert in Austin, Texas, schadet die Rockgruppe The Frequency Brothers ein Flugzeug. Sie wollen schnellstmöglich nach New York, um ein Promotion-Video zu drehen. Aber das Flugzeug stürzt ab und kracht in ein riesiges, einsames Waldgebiet. Die Musiker überleben, wenn auch verletzt. Doch schon bald schlägt ihre Erleichterung in nackte Panik um. Denn sie sind nicht allein. Etwas Fremdes verbirgt sich im Dickicht. Sie hören es, sie spüren sein Lauern und sie sind der Kreatur hilflos ausgeliefert. Und da bin ich ja echt mal richtig gespannt. Ich erwarte viel. Dann das ist so aus der Action-and-Crime-Reihe ist es erschienen. Mountain Home. Ja, ist ein Rache-Thriller. Und auch da bin ich mal gespannt. Es hat 218 Seiten und das ist ja wirklich auch fast gar nichts. Dann letzter Fester. Nein, vorletzter Fester. Und zwar möchte ich endlich 65 Styrop Iron Road lesen. Es ist eine Sammlerausgabe. Und mit der muss ich echt sehr sachte umgehen, weil sie ist so wertvoll inzwischen. Ja, es limitiert auf 666 Ausgaben. Muss wohl ziemlich gestört sein vom Inhalt her. Ist von 5 Horror-Autoren geschrieben worden, die auch alle unterschrieben haben. Und hier sind die ganzen Autogramme drin. Ich habe 542. Die Schrift ist rot. Und jetzt schaue ich gerade mal, worum geht es denn überhaupt in der Geschichte. Es ist auf jeden Fall mal so, dass ein Autor hat eine Geschichte geschrieben und der nächste hat dann weitergeschrieben. Kennt man ja auch als Spiel. Und ja, ich bin schon sehr gespannt. Auf jeden Fall. Was denn das wird. Tut mir leid, dass ich euch zum Inhalt immer nicht so viel erzählen kann. Weil ich mich gar nicht so sehr mit den Büchern jetzt befasst habe einfach. Und das sind auch 15 Inhalte. Die muss man auch erstmal... Ich lerne jetzt nicht Klappentexte auswendig. Ich habe die ja noch nicht gelesen. Dann gibt es noch ein Bizarro Fiction von Carlton Mellick. Der schreibt ja eh immer recht dünne Bücher. Ich denke auch viel kann man von dem nicht lesen. Adolf im Wunderland. Lasse ich mich einfach mal in die Geschichte reinfallen. Ich habe schon lange nichts mehr aus dem Bereich Bizarro Fiction gelesen. Und dann haben wir noch ein Buch auf Bizarro Fiction. Auch eine Sammler-Ausgabe von Voodoo Press ist die. Ich habe Ausgabe 50 von 100. Das Lustige ist, wenn man die als Softcover hat, dann ist es keine Sammler-Ausgabe. Also finde ich ein bisschen ein komisches System. Aber gut. Ich habe hier die Hardcover-Ausgabe. Und das ist Wende. So ein Wende-Cover. Also wir haben hier eine Geschichte. Der Haunted Vagina. Das sehr gut sein soll. Das auch sehr gefeiert worden ist. Und der Ugly Heaven. Und ich bin mal gespannt, wie das so sein wird. Hat auch nicht so viele Seiten. Aber wie gesagt, so Bizarro Fiction kann man auch, glaube ich, keine endlos langen Bücher lesen. Dann habe ich noch drei normale Bücher. Wobei so normal sind die auch nicht. Ich habe hier noch die Welle. Ja, ich weiß, es ist eine Bildungslücke. Aber ich habe es halt nun mal nie gelesen. Und da brauche ich, glaube ich, auch nicht so viel erzählen zu dem Experiment in der Schule, das gemacht wird. Bin auf jeden Fall gespannt. Man kennt den Film. Man kennt die Geschichte. Aber wie gesagt, ich habe es halt nie gelesen. Soll sich ändern. Und dann habe ich hier noch was. Da weiß ich auch gar nicht, um was es geht. Das habe ich irgendwann mal geschenkt bekommen. Ist ganz cool aufgemacht. Wilder Nacht steht auch ganz wenig auf dem Klappentext. Und es schaut innen halt so aus. So. Und ich denke halt, dass sich das richtig schnell weglesen lässt. Und deswegen. Es soll vom Sub verschwinden. Das ist doch einfach ein Quatsch. Und genauso 10. Stunde. Das ist einfach nur ein Thriller. Der hat 130 Seiten. Ist ein Jugendbuch. Ein Jugendthriller. Und da sind innen drin lauter solche Sachen. Und es ist so ein Thriller zum selber lösen. Oh, das war sogar mal ein Mängelexemplar. Sehe ich hier gerade. Mit Beweismaterialien. Und ja, mal gucken. Ich führe mir das mal zur Gemüte. Ich weiß nicht, ob das was für mich sein wird. Aber ich habe es hier. Es ist wirklich nur ganz dünn. Und ja, warum nicht? Genau. Das sind jetzt 15 Bücher. Ich meine, ich habe vor, noch mehr zu lesen. Ich habe auch vor, längere Bücher zu lesen. Ich bin ja momentan eh sehr süchtig. Und ich schaffe es auch, diese 15 Bücher zu lesen. Das weiß ich. Und dann noch ein paar, wie gesagt, noch ein paar Rezensionsexemplare, die ich noch da habe. Und dann, ja, ist das Sub vielleicht mal zweistellig. Aber es kommt ja noch die Buchmesse. Mal gucken, wie das so ausgeht. Ich erwarte ja das Schlimmste. Verratet mir mal, was ihr im März so vorhabt. Ob ihr lieber dicke Bücher lest, lieber dünne Bücher. Weil manchmal ist es ja auch so, es ist ja bei mir so phasenabhängig. Manchmal brauche ich auch dicke Bücher einfach, weil ich mich nicht immer neu auf eine neue Geschichte einlassen kann. So vom Gehirn her. Ist mein Gehirn manchmal dann einfach zu bunt. Und dann brauche ich mal so, dass ich mal richtig lange an einer Geschichte lese. Aber momentan habe ich es wirklich so, dass ich zu Motivationszwecken einfach diesen Stapel hier weglesen möchte. Ich freue mich so total drauf. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Abonniert mich. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye. Musik 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 Musik